Ich heiße Dr. Andrea Kulig, bin Allgemeinärztin und arbeite in der Gemeinschaftspraxis Dr. Volkländer-Ulrich Ziegler-Maschini in Regensburg. Ich hatte gerade einen Patienten, der sich bei mir vorstellte wegen sehr akuter, sehr schmerzhafter Rückengeschwerden. Er konnte sich kaum bewegen und weinte vor Schmerzen. Ich habe den Patienten zu Frau Dr. Tatsch weitergeleitet, die die koreanische Hand- und Fußakupunktur durchführte. Danach sah ich den Patienten zum Abschluss und konnte feststellen, dass der Patient fast schmerzfrei war. Er konnte sich wieder normal bewegen und fühlte sich sehr gut.